Deutschland geht es gut. Unsere Wirtschaft ist gestärkt aus der Finanzkrise hervorgegangen und die Zahl der Beschäftigten bewegt sich auf Rekordniveau. Damit das auch so bleibt, müssen Politik und Wirtschaft miteinander im Gespräch bleiben, so wie auf der Kongressreihe Wirtschaftsgespräche der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Hier diskutieren regelmäßig Politiker mit hochrangigen Vertretern aus Industrie, Mittelstand und Wissenschaft. Es geht um Themen wie den Breitbandausbau, das selbstfahrende Auto, die Start-up-Finanzierung Wirtschaft 4.0, TTIP oder die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt. Dieses Thema Wirtschaft in unserem Land ist eine der zentralsten Aufgaben, denn die Integration der Flüchtlinge wird nicht zum Nulltarif stattfinden. Die wichtigsten Erkenntnisse der Kongressreihe sowie interessante Kommentare aus Industrie und Forschung gibt es jetzt zum Nachlesen. Unsere neue Infoproschüre zum Thema Wirtschaftspolitik können Sie auch online bestellen unter www.cducsu.de-publikationen.